Servus, ich bin der Fredl und ich habe gehört, ihr seid da eine gute Band, Manuel Hafner und ich bin Manuel... Wie heißt der? Manuel? Ja, Manuel Hafner und Freunde. Und seitdem, ich sage mal, ich bin momentan abendsuchend. Das IMS hat mir das scheiß Geld gestrichen und ich habe mir gedacht, warte, habt ihr das getan? Die habe ich gefunden und ich habe mir gedacht, ja, warte, macht ein bisschen Geld und Ich habe mir halt gesagt, wenn ich nicht so zoffen daran bin, bin ich auch nicht einmal so schier. Jetzt habe ich mir den Sänger da angeschaut bei euch. Ist auch nicht gerade der Fäscherste, ich sage immer noch nicht. Probier es doch nicht. Also, ich bin, wenn ich will, zuverlässig. Und wenn ich ein bisschen einen Spiegel habe, also nicht viel, 2 pro Müll oder so, dann bin ich auch recht umgänglich, muss ich sagen. Dann bin ich eigentlich gar nicht so ein biser Typ ein. Dann bin ich auch gut, ja. Und wenn ich irgendwas hört, was die wegen Frauen schlagen oder so, das meine ich nicht. Das war mein Bruder, der Harald. Ja, gell. Na gut, dann freut es mich, schreibt es mir oder was auch immer, gell. Macht es gut, gell. Servus. Ja. Ja.